So, da sind wir mit der Rennanalyse, haben zweimal durchgeschnauft, haben es ja gerade live kommentiert und wollen jetzt natürlich nochmal alles in Ruhe durchgehen, denn wir haben heute, Christian, ein bisschen mehr Zeit als sonst, also mehr als drei Minuten, deshalb machen wir heute mal peu à peu. Und die große Überraschung, wir fahren mit dem Start an. Ja, der Start ist ja immer, sagen wir mal, so ein ziemlich wichtiges Thema, denn der Start, gerade auf Strecken, wo man schlecht überholen kann, ist rennentscheidend. Und eigentlich hatte Max das hinbekommen, wie er es sich vorgestellt hat, Start gewonnen gegen den Polmann, gegen Lando Norris. Es war fast zu befürchten, fast vorherzusehen, aber es ging trotzdem gut für Lando. Es waren 280 Meter bis zum ersten Bremspunkt von der Pole und wir haben ja vorher auch mit der Gefahr so ein bisschen geliebäugelt, sage ich jetzt mal. Wir haben darüber nachgedacht, na geht der eine oder andere vielleicht doch mit dem Messer zwischen den Zähnen da rein. Und da hätte ich persönlich eher den Max als den, der mehr Risiko geht, im Auge gehabt. Jetzt haben wir dann ja noch mehrere Startwiederholungen gesehen. Die Reaktionszeit war bei beiden exakt dieselbe. Das heißt, Lando hat nichts falsch gemacht, aber dann kam irgendwie Schlupf. Ja, Schlupf heißt, die Räder drehen durch. Also nach dem Schalten vom ersten und zweiten Gang ist das Problem entstanden. Und das ist alles ganz klar eine Angelegenheit des Teams. Das ist Technik. Das funktioniert bei Red Bull hundertprozentig besser. Nur so konnte Max überholen. Und deswegen hat keiner mehr ein Risiko eingehen müssen. Die Sache war klar, als die beiden in die erste Kurve eingebogen sind. Das haben sich alle richtig gut benommen und nicht nur Max Verstappen hat am Start gleich Plätze gut gemacht. Gastli hat gleich zwei Plätze gut gemacht, hat beide Aston Martin überholt. Und auch Russell hat direkt Piastri erwischt. Also die vermeintlich bessere Seite, nämlich da, wo die Ungarn-Startnummern standen, 1, 3, 5, war in der Spitzengruppe die schlechtere. Also die 1 hat gegen die 2 verloren und die 3 gegen die 4. Und was machte das mit dem Rennverlauf, dass plötzlich ein Oskar Piastri eben nicht der zweite Mann direkt hinter Verstappen war? Also von der reinen Speed her waren beide McLaren überlegen. Nur Piastri konnte es nicht richtig umsetzen, weil er immer hängen geblieben ist. Erstmal durch das Kuddelmuddel am Start hinter George Russell, dann am Schluss hinter Charles Leclerc. Und das hat dazu geführt, dass er einfach die Speed nicht auf die Strecke gebracht hat. Und wir haben immer wieder in der modernen Formel 1 gesehen, dass das sogenannte Delta, der Unterschied zwischen dem Hinterherfahrenden und dem Vorherfahrenden, relativ groß sein muss, damit man überhaupt überholen kann. Wenn der vorne schlecht fährt und der hinten gut, geht es auch. Aber eine Leclerc-Pferdspitze und eine Piastri-Pferdspitze, das heißt, ich brauche irgendwo ein Delta in der Rundenzeit technisch. Sonst komme ich nicht vorbei. Ja, und dann haben wir natürlich im Verlauf des Rennens auch die üblichen Spielchen gesehen. Funkverkehr, bleiben wir bei Plan A oder machen wir doch Plan B, ändern wir die Strategie. Bei Piastri kam ja irgendwann die Ansage, wir fahren fünf Runden länger. Und man hat einen sehr früh reingeholt und das ist Nico Hülpenberg. Wir kommen logischerweise gleich nochmal zur Spitze und zu dem Kampf ums Podest zurück. Nico Hülpenberg war so mit einer der Ersten, der drin war. Und der ist erstmal ganz weit nach hinten gefallen, hatte dann früh die harten Reifen drauf, hat sich dann aber richtig weit nach vorne gearbeitet. Naja, also das kommt natürlich immer darauf an, wie sich die Position verändert. Weil irgendwann müssen alle stoppen. Wenn ich früh stoppe, habe ich dann die Chance, viele Plätze gut zu machen, sozusagen einen riesen Undercut zu machen, aber hinten raus wird es halt dann eng. Und ich glaube, man hat sich bei Haas einfach ein bisschen verkalkuliert. Man hat gedacht, man fährt gegen Autos im direkten Vergleich, die dann eigentlich gar kein direkter Vergleich waren, sondern die sind nochmal stehen geblieben, haben einen zweiten Stop eingelegt. Das kann man aber so früh im Rennen nicht vorhersagen. Man ist nun mal kein Wahrsager. Plötzlich war Nico Hülpenberg sogar in den Punkten. Und du hast relativ früh aber gesagt, er wird da wahrscheinlich nicht bleiben können. Denn hinter ihm lauerten ein paar, die später sich neue Reifen geholt haben und die dann dementsprechend davon profitiert haben. Naja, die waren natürlich wesentlich schneller. Die waren eine gute Sekunde schneller. Und ich meine, da kann sogar ich als Chefmathematiker ausrechnen, dass man bei einer Sekunde schneller und fünf Sekunden Rückstand nur noch fünf Runden braucht, bis man dran ist. Also das war vorhersehbar. Aber entscheidend ist, das kann man auch in Hülpenbergs Position, da kann man sich nicht wehren. Das geht nicht. Da ist eben das Delta, was man braucht, um in dem Fall überholt zu werden oder nicht braucht, um überholt zu werden, ist groß genug. Die Formel-1-Welt ist eine Welt von Zahlen, Daten, Fakten. Und du hast gerade gesagt, vorhersehbar. Das war ein Fakt, da kann man nicht drum herum reden. Trotzdem sagt uns Nico Hülpenberg hinterher im Interview, als wir ihn fragen, wieso hat es denn dann doch nicht gereicht? Ja, so ganz genau weiß er es nicht. Die Strategie war wahrscheinlich nicht optimal. Und auf die Frage, wie geht es denn jetzt weiter in Monza, was können wir da von dir erwarten, sagt er, ich weiß gar nichts. Und wir fahren irgendwo hin, wo das Auto vermeintlich schlecht ist und wir sind plötzlich gut. Wir fahren irgendwo hin, wo wir denken, wir haben ein gutes Auto und plötzlich funktioniert nichts. Wie geht denn das einher mit Daten, Zahlen, Fakten? Also das ist Daten, Zahlen, Fakten, die sind ja da. Man weiß ja genau, was das Auto mit der speziellen Aerodynamik für Monza, wenig Abtrieb, wenig Luftwiderstand, trotzdem gut gekühlt, wie das funktioniert. Das weiß man von den Zahlen, Fakten, Daten her. Wie es sich anfühlt, weiß man nicht. Es gibt nur ein Rennen im Jahr, wo mit dieser Konfiguration gefahren wird. Und deswegen ist es ein, warten wir mal, dann schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und auch das ist jetzt so schlimm nicht. Ich meine, es wird schon irgendwie klappen, wenn man nicht alles schon 14 Tage vorher oder in dem Fall eine Woche vorher genau weiß. Man setzt sich ins Auto, fährt so schnell wie es geht, dann kann man immer noch sagen, Okay, es war ganz gut oder nicht so gut? Einen gab es, der wusste was und der heißt Zach Brown. Das war nämlich der Mann, der Chef von Lando Norris und von Oscar Piastri. Der hat uns hinterher gesagt im Interview, er war, obwohl sie den Start verloren haben, eigentlich ziemlich entspannt, weil er relativ schnell wusste, wir kriegen den. Warum wusste er das so schnell? Weil Verstappen nicht wegkam? Ja, weil Verstappen nicht wegkam und dann, weil natürlich der Team Principal oder CEO oder was auch immer, der Chef von der ganzen Company sich das immer leichter vorstellt, als es eigentlich ist. Also der Lando wusste schon, ich habe eine Chance, weil der Max nicht wegkam, aber vorbeikommen wusste auch der Lando nicht, schaffe ich das oder schaffe ich es nicht. Das ist von außen immer etwas entspannter zu beurteilen als vom Auto her. Jetzt machen wir mal ein bisschen Dramatik, gespielt für die, die das Rennen nicht gesehen haben. Letzte Kurve, Christian, ist eine überhöhte. Da stellt sich der Normalzuschauer wirklich immer was ganz Gefähriges drunter vor. Jetzt ist diese Steilkurve wirklich eine Steilkurve und man darf aber in der Steilkurve schon den Flügel aufmachen. Dann kommt eine Gerade, auf der man eigentlich denkt, man hat nicht genug Zeit, mit dem offenen Flügel zu überholen. Und Lando hat uns das Gegenteil bewiesen, gegen Max Verstappen. Das lag ganz einfach daran, dass er aus der vorletzten Kurve besser rauskam. Und das bisschen extra Schwung, was er hat, hilft natürlich, wenn ich im Windschatten hinterm Auto herfahre. Offener Heckflügel heißt, ich bin deutlich schneller, aber mit dem bisschen mehr Schwung hat es dann gereicht. Das war eigentlich von den Top-Fahrern das einzige echte Überholmanöver, was wir gesehen haben. Alle anderen Positionswechsel waren auf Strategie bedingt oder fusten auf Strategie, wie zum Beispiel Charles Leclerc, der mit einem Undercut gleich zwei überholt hat. Ja, das war natürlich von Ferrari her gesehen, ich sage mal, ein Risiko. Sowas kann klappen, kann aber auch in die Hose gehen. Und dass es geklappt hat, liegt ganz einfach daran, dass Ferrari besser war, als sie sich selbst zugetraut haben, inklusive der Fahrer. Und so kam es am Ende, dass Landon Norris sich seinen zweiten Formel-1-Sieg geholt hat. Er ist jetzt, da er auch in der allerletzten Runde, das muss man sich vorstellen, mit gebrauchten Reifen, mit sehr alten Reifen noch die schnellste Runde gefahren ist, hat er 26 Punkte geholt. Max Verstappen als Zweiter nur acht. Deshalb ist der Vorsprung von 78 auf 70 geschmolzen. Wir haben noch neun Rennen, wir haben noch drei Sprint-Rennen. Da gibt es noch jede Menge Punkte zu vergeben und deshalb wird die WM sehr, sehr spannend bleiben. Und für uns, für RTL geht es ja gleich nächste Woche schon weiter mit dem großen Preis von Italien. Dann hoffen wir auf ähnlich viel Action und auf einen ähnlich spannenden Verlauf und darauf, dass alle durchkommen. Das muss man am Ende auch nochmal sagen. Dickes Lob an alle, die die Autos gebaut haben, an alle Mechaniker, die sie vorbereitet haben. Wir hatten 20 Autos am Start und wir haben 20 Autos im Ziel gehabt. Und das trotz Dünen, Sand und Wind.